Hallihallo. Willkommen zum nächsten Video. Die Konquatsch. Habe ich nämlich geschenkt bekommen von meiner Frau. Mich würde mal interessieren, ob das jetzt einfach nur ab Werk mehr oder weniger so ist, dass sie so verkauft werden, dass Früchte dran sind, dann nie wieder Früchte tragen. Oder ob man es selber hinbekommt. Ich werde heute die ganzen Früchte mal abnehmen. Die kann man, denke ich, alle schon so weit essen. Und werde sie in einen größeren Topf reinmachen, ins mineralische Substrat von Wilkatec. In einen deutlich größeren Topf und mal gucken, ob sie ein bisschen eskaliert. Und was haben wir denn da? Sonnig. Sonnig Schatten. Eine halbe Gießkanne. Ja, kann raus und kann man essen, soweit wie ich das sehe. Ne? So, steht jetzt in Erde. Soll ins Wilkatec rein. Ich sehe mal zu, dass ich die Erde, soweit es geht, abbekomme. Vorher werde ich die Früchte runterschneiden. Und dann werden wir uns noch mal ganz kurz mit Düngen und so weiter beschäftigen. So, damit das Ganze aber Hand und Fuß hat, nehmen wir erstmal die ganzen Früchte ab. Das könnt ihr jetzt auch gerne vorsprühen. Das kann einen kleinen Moment dauern. Ich versuche gleich in dem Moment, jetzt war die Stimme weg. Ich versuche dann gleich in dem Moment, mal zu gucken, ob hier irgendwelches Totholz drin ist, was man abmachen kann. Ja, mit Zitronen. Mit Zitronen habe ich ja tatsächlich Glück. Zitronen haben gut funktioniert. Da hatte ich vom letzten Jahr habe ich sogar noch drei Stück dranhängen. Das ging relativ gut. Da hängen auch schon wieder ein Haufen Grüne dran. Zitronen hat jetzt über den Winter hier in dem Raum sehr, sehr viele Blätter verloren. Und ich weiß, auch wenn noch nicht, auch wenn es noch nicht wirklich Frühling ist, aber ich habe es jetzt mittlerweile schon rausgenommen. Das ist eine Ausbeute. Ein halber Becher. Die würde ich jetzt so tatsächlich noch nicht essen. Ich würde es erst mal abwaschen. Dann wäre es ja nie so wirklich. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir hier irgendwelches totes Gelubbe drin haben. Was wir da gleich rausnehmen können. Damit er ein bisschen Luft hat von innen. Damit er sich ein bisschen entfalten kann sozusagen. Also ich mache es bewusst ins mineralische Substrat, weil bisher tatsächlich mit dem mit dem Volcatec, mit dem mineralischen Substrat, ich habe noch überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher. Also von daher kommt das da rein. Zumal man da auch wirklich nicht in die Gefahr kommt zu übergießen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt nehmen wir mal, müsste man da mal sehen, ob man das irgendwie schafft, dass der nach oben geht, dass er tatsächlich noch schafft, eine Krone zu kriegen. Denn man sieht ja schon, das sieht schon komisch aus, was die hier gemacht haben. Das sieht aus wie veredelt, dass sie den Fertigen genommen haben und den hier oben aufgefropft haben. Mal gucken, wie sich das verhält, wie das gleich aussieht. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Dreck. Das ist übrigens von gestern. Hat massiv Schieflage. Ich muss mir was einfallen lassen, um ihn zu stützen. Der Pfennigbaum. So, dann nehmen wir das Ganze mal raus. Gucken uns das mal an. Oha, oha, okay. Okay, okay, okay. Ist gut durchwurzelt. Hier ist Lebermoos. Das nehmen wir gleich mal weg. Das will ich ja nicht. Meine Schale ist zu klein. Meine Schale ist zu klein. Meine Schale ist zu klein. Ich brauche eine Schale. So, dann haben wir das mal kurz. Kanada. So, dann versuche ich jetzt einfach mal, das ein bisschen auseinander zu kriegen. Ja, also ich würde jetzt versuchen, so viel Erde wie möglich abzumachen. Also tatsächlich, es ist, also von Wurzeln her, muss ich jetzt wirklich sagen, sieht es gut aus. Und es sieht genauso aus wie bei der Zitrone. Es sind sehr, sehr helle Wurzeln, durchgängig, fast schon ein bisschen gelblich. Das ist auch beim Zitronenbaum so. Das ist schon mal da parallel. Es ist ja eine Zitrusfrucht, aber ich merke ja schon, hier ist irgendwas komisch. Man weiß halt nicht, was man kriegt, wenn man so einen Laden kauft. Das ist... Aber ich merke ja schon, dass hier unten, dass hier unten irgendwie sehr viel Hohl ist. Mal schauen, wie das Ganze dann aussieht. Wer jetzt gerade keinen Bock hat, spielt vor. Oder ich spiele da ein Video vor. Mal gucken. Ich habe heute vor, vielleicht zwei, drei Videos zu machen. Ich habe Lust. Das war ja das, was mir in der letzten Zeit gefehlt hatte. Einfach die Lust daran. Heute habe ich irgendwie Lust. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gestern passiert ist. Aber seit gestern... ...habe ich da wieder Spaß dran. Und da müssen wir das natürlich nutzen, ne? Wenn der Onkel Spaß dran hat, dann versuchen wir da soviel es nur geht, gleich wegzuarbeiten und abzuarbeiten. Ich habe ja noch viel, viel mehr rum stehen, wo noch Handlungsbedarf wäre. Mal gucken, vielleicht mache ich das heute alles gleich in einem Zuge. Ich habe leider kein... Kein... Kein Stäb... Doch, da ist ein Stäbchen. Hahaha. Da ist ja noch ein Zahnstocher. Naja, also... ...nicht der Zahnstocher. So, damit sollte das schön... ...deutlich besser gehen, als wenn ich das... ...mit den Fingern drin rum vorwerke. Ja, der Fingus, den ich gestern... ...den ich gestern mit... ...umgetöpft habe, der steht auch. Sieht erstmal recht stabil aus. Ich hoffe, der erholt sich. Wie gesagt, der... ...der Fennig bei mir, der kippt irgendwie um. Den muss ich... ...stabilisieren. Sonst wird das nichts. So, mal gucken, vielleicht machen wir oben einfach gleich mal ein bisschen... ...ein bisschen was weg. Dass wir die Wurzeln gleich ein bisschen besser... ...verteilung kriegen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dem das nicht so sehr viel ausmacht. Ich hoffe es zumindest... Es ist sehr kompakt, also... ...ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es geht einfacher auseinander. Ich will natürlich versuchen, gerade durch das mineralische Substrat... ...da so wenig wie möglich Erde mit rein zu bringen. Weil alles, was in Erde ist, kann halt gammeln. Und das wollen wir natürlich nicht, weil da wo es gammelt... ...da gehen die Wurzeln kaputt. Also, wenn man es mit dem Gießen übertreibt, aber... Deswegen bin ich ja auch auf das mineralische Substrat gegangen, weil... beim mineralischen Substrat, beim Vulcatec, da muss man sich echt schon anstrengen... ...um eine Pflanze zu ertränken. Dass die davon kaputt geht. Ich könnte es jetzt natürlich auch noch ausspülen. Es würde gehen, dass ich das Ganze einfach mal... ...in der Wasserbade bisschen ausspüle. Ich würde ja ganz gerne die Wurzeln alle ein bisschen... ...auseinander treiben, dass der... ...dass der jetzt gleich, wenn er steht, erstmal die Wurzeln... ...extrem flach sind. Nicht, weil es ein Bonsai werden soll. Ich hoffe, dass es hier ein bisschen größer wird. Dass es ein schöner stattlicher Baum wird. Nicht, dass die... Nicht, weil es ein Bonsai werden soll, dass ich die Wurzeln flach kriege. Sondern einfach so, dass er sich... ...ich sag mal, oben... ...oben schon mal sehr breit machen kann. Um dann in die Tiefe zu gehen. So wäre jetzt der Gedanke. Ob das am Ende der richtige Gedanke ist, das weiß man noch nicht. Aber... So, da ist schon relativ viel raus. Ich beeile mich jetzt gerade nur, weil ich will nicht, dass jetzt hier zu viel trocken fällt. Das wäre... ...kontraproduktiv. So, hier oben noch ein bisschen... ...ja, hier oben ist... ...eine Wurzel. Die will ich aber eigentlich nicht abmachen. Die ist schon ganz schön... ...ganz schön groß. Und geht ganz schön weit nach unten. Die stört mich jetzt zwar hier oben. Weil es einfach nur ein bisschen komisch aussieht. Eher dir. Aber... Ist jetzt halt so. Ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr... ...stressen. Ich denke mal... ...der wird gleich gestresst genug sein. Ich gucke jetzt gerade nur, dass ich hier oben dieses Knäuel aufgelöst kriege. So, dass die Wurzeln wirklich die Chance haben... ...gleich in alle Richtungen weg zu marschieren. Zu wandern. Sich nicht gegenseitig abdrücken. Vielleicht schneide ich nachher oben einfach noch ein kleines Stückchen zurück. Weil da wird sich jetzt definitiv gestört fühlen. ...dass ich oben ein bisschen der Kraft rausnehme in dem Moment. So, ich denke mal, das passt. Ich denke mal, das passt. Jetzt müsste ich nur mal gucken. Jetzt müsste ich nur mal gucken, ob wir den vielleicht... ...dass noch ein bisschen Erde rausgeht. Bisschen hier klecker. So. Bestimmt vielleicht einfach hier mal ein bisschen... ...in Wasser bade. So, dass noch ein bisschen Erde rausgeht. So, dass noch ein bisschen Erde rausgeht. So ist es, als wenn es angesetzt wäre. Als wenn es jetzt... ...ja, es ist... ...ja, es ist... ...ja doch... ...irgendwie schön. Sieht komisch aus. Diese komische Wulzt hier dran. So, ich werde aber sagen, so... ...so kann man es lassen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ups. Ja, du kommst auch noch damit zurückschneiden. So, ich habe hier... ...einen Topf. Und... ...ja, ich nenne das Untertöpf. Hat wie immer zu große Löcher. Na, ist klar. Ich habe gestern festgestellt, dass ich zu kleines... ...zu kleinen Blähton habe. Und habe mich gewundert und habe dann aber festgestellt, ich habe da noch eine Packung. So. Also... ...den Blähton sind da hart unten rein. Einmal als Drenage. Wobei das hier... ...nicht so zielführend ist. Es ist einmal als Drenage und einmal damit die... ...damit das Vulkatec mir nicht durch die Löcher wegrennt. Aber was ich machen werde... Ich habe mir jetzt wie so eine Kuhle gebaut. So, dass das Vulkatec ganz unten ist, sodass es mit hochsaugen kann. Weil durch einen Blähton hochsaugen ist halt nicht ganz so einfach. Vielleicht... Ich habe eine Idee. Ich habe ja noch... ...eine ganze Menge doch. Wisst doch was? Wisst doch was? Ja, Mann, wir müssen doch anfangen. Hä? Wir legen da jetzt einfach ein Docht mit rein. Wir legen da jetzt einfach ein Docht mit rein. Von unten nach oben, so ein bisschen im Kreis. So, dass es zusätzlich... ...noch mal die Feuchtigkeit aufsaugt. Ich lege das jetzt einfach unten, ganz unten rein. Und werde das dann so beim Auffüllen... ...im Halbkreis einfach mit hochnehmen. ...dürfen... 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 da kannst du das wasser immer schön von unten nach oben transportieren in der schade werde ich dafür sorgen dass immer genug wasser da ist dass es halt im anstau steht so dann nehmen wir den ganzen jetzt ich finde es mal an das wird aber nicht reichen wie immer müssen wir einfach mit einem spieß ich nehme jetzt die nicht die spitze sondern die stumpfe seite und das ist jetzt eigentlich ganz ganz wichtig ihr müsst es verdichten auch relativ nah an die pflanze rangehen auch wenn ihr dabei in die gefahr läuft in die wurzeln reinzustechen das muss jetzt alles gut anliegen weil ansonsten wird das mischt ansonsten kriegt er da massiv probleme was ich heute mal ausprobieren möchte das ist ja eine pflanze die man ist und ich traue dem frieden nicht so richtig aber das ganze jetzt hier mit kompo complete zum beispiel den dünner von kompo komplett nimmt den dünner von kompo nimmt zum beispiel kompo komplette ob diese stoffe die in den dünner drin sind die frucht mit übergehen ich habe da noch nie wirklich ich hatte mich da schon mal versucht zu belesen aber so richtig habe ich darüber nichts herausgefunden aber ich habe gesehen es gibt ja ich habe es auch hier es gibt davon kompo gibt es für zitrus pflanzen für normale das ist obst und gemüse dünner den ich jetzt hier noch habe das vom letzten jahr ich weiß nicht was passiert wenn man diesen obst und gemüse dünner generell diesen biologischen dünner im mineralischen substrat benutzt ich weiß es einfach nicht man nimmt ja eigentlich das mineralische substrat damit misch gammeln kann jetzt kriegen wir jetzt bringen was dazu damit kann eigentlich ich würde es einfach mal ausprobieren ich würde es einfach mal wirklich darauf ankommen lassen ich sag mal rausgenommen die steine immer richtig abgewaschen durchgespült dann geht das auch wieder als ihr setzt sich hier setzt sich gerade wirklich noch mal richtig gut nehmt euch da wirklich wirklich sehr viel zeit wenn ihr wenn ihr das verdichtet damit da wirklich so wenig wie möglich so wenig wie möglich hohlräume entstehen denn jeder hohlraum bedeutet dass ich das wasser nicht überträgt und dass die wurzeln keine chance haben zu wachsen weil sie keinen halt finden also von daher lieber war lieber war eine ganze weile herumgestochert als ich dann hier geht es gerade hier fällt gerade übelts viel rein sehe ich gerade meine nachher beim angießen müsste es dann eh alles noch mal sich ein bisschen verdichten ganz klar aber hier merkt man schon wenn man das macht was dann noch mal sehr sehr viel nach gibt ich habe ich hatte mal gehört bei diesem verdichten eine viertelstunde ist ein gutes maß ich habe jetzt einfach nur der rest lieber auf was jetzt gerade abgerutscht ist dort ist hier oben da habe ich den wissen zumindest ein bisschen im blick so dann kommen wir mal erst mal zum gießen und dann schneiden wir ein bisschen was zurück wir nehmen wir machen aber weil ich hier nicht so viel brauchen wir haben jetzt mal nur ein liter mal lieber aus muss wasser sind jetzt haben wir hier obst und gemüse hersteller vorgabe auf ein liter wasser eine kappe ich will jetzt erst mal noch nicht drauf ankommen lassen da soll sich jetzt erstmal erholen und ja nicht gleich ne wisst ihr was das machen wir mal zu einem späteren zeitpunkt der soll der soll jetzt erst mal einwachsen das bedeutet ich gießen jetzt einfach ich gießen jetzt einfach wo ist mein browser wir werden ihn heute noch nicht düngen also anwachsen also einwachsen dafür brauchen keinen nährstoff in der stoffe brauchen damit auch nach oben in groß wird dieses flackern geht mir auf den sack ich habe das gestern schon im video gesehen ich wollte eigentlich auch die jacke offen lassen damit man das bäumchen mehr sieht fällt mir gerade ein so jetzt wurde kurz gefremd aber ist egal weiter geht's ich hatte jetzt hier schon mal ein bisschen gegossen ich mache das jetzt so dass es immer ich sag mal im anstau steht ich zeige euch noch gleich was ich damit meine mal kurz durchbrauseln das ist jetzt einfach mit ausmose wasser das ist einfach damit es feucht ist damit sich erholen kann das wasser steht jetzt ungefähr bisher her also 34 zentimeter und genauso lass ich es auch immer so dass er immer schön sich das blähton durchgefallen das ist jetzt hat man gesagt dass man vielleicht oben einfach ein paar dinge wegschneiden einfach damit als war er sich vielleicht gestört fühlt ach ich fühle mich da immer so schwer gerade bei solchen pflanzen dabei beim ficus wäre es mir jetzt egal da verträgt sie ziemlich alles aber gerade bei solchen pflanzen versuchen wir irgendwie eine gewisse form zu geben vielleicht am ende wirklich wie bäumchen aussieht mir fehlt so was in der mitte wo man sagen könnte da da kommt eine krone hoch was ist denn das für ein mega blatt ja ich stütze den jetzt einfach mal ein stück der wird dann schon wieder austreiben jetzt sorgt man es mal dafür dass der sich erholen kann von der umtöpfaktion jetzt so wenn er bock hat kommt er wieder so jetzt haben wir hier nämlich in der mitte kann man verstehen was tendenziell nach oben wachsen könnte damit er nach oben mehr eine krone kriegt mal gucken ob das ob das so funktioniert oder ob wir das jetzt gründen so sieht man nicht richtig ich brauche echt ist echt andere sachen anziehen so sieht das ganze jetzt aus da bleibt jetzt auch erstmal hier der darf sich jetzt in aller ruhe holen darauf einwachsen und dann hoffen wir mal dass er schleunigst wieder austreibt wenn er nicht groß wird wird es vielleicht eine art kleiner bonsai mal schauen das wird dann die zeit zeigen so jetzt muss ich das blöde video schneiden weil wir unterbrochen wurden und dann würde ich sagen nehme ich mir gleich mal für video 2 den liguster vor bis später